...da rauskriegt. Ja, das kostet über 1000 Euro. Wie da rauskriegt? Man könnte also nicht von der Karte, die kann man ja einfach rausnehmen, aber die Daten, die in dem Handy sind... Nee, kannst du das Handy nicht über dein Ladekabel an den Computer anschließen, über USB? Könnte gehen, dann? Ja, und dann könntest du mal gucken, was du da rauskriegst und das rüberziehen. Der USB-Kabel kommt an die Bildschirm nicht mehr.